Es ist wie bei den PKWs, wenn du in die Mercedes-Zugmaschine guckst da rein, ich habe mir die neue mal angeguckt. Das ist wirklich, was du da alles verändern kannst, da innen drin, da hast du einen großen Raum richtig. Ja, das ist natürlich auch wichtig, weil du hängst ja nur aus dem Doktor. Du schläfst ja da am Wochenende drin. Wie oft stehen wir hier unten am Aldi? Samstag. Fahrt ihr eigentlich auch für den Aldi oder wie? Wir fahren für den Aldi schon seit Jahren rund um die Uhr das Wasser. Alles Wasser, was geholt wird von der Quelle, das abgezapft wird in Bräuner, und da fahren wir rund um die Uhr, ich war mit sechs Satteln, nach Lars für den Solaren. Was wird, stelle ich so auf die?